Ich bedanke mich dafür, dich kennengelernt zu haben und werde dich lieben, egal was passiert. Du wirst für immer meine Häsin sein. Ey, ganz, ganz liebe Grüße. Frank, bist du schon mit ihr zusammen oder ist das ein Versuch? Oder hast du dich frisch verliebt? Ey, ganz viel Glück euch beiden, ne? Keksi, also Keks auch jetzt hier, nur schon vom Schreiben, wie Frank geschrieben hat, hab ich Keks auch, würde ich Keks auch gerne mal wegnaschen, ne? Keksi, ganz liebe Grüße. Ich find's toll. Ja, ne, ich würd's nicht wegnaschen, also nicht vernaschen, ihr wisst, was ich mein, Keks wegnaschen. Meine Fresse. Nein, ihr wisst, was ich mein. Knabbern. Mal an der Ecke knabbern. Am Nippie. Am Nippel kreisen. Oder jeder, kennt ihr das? Jeder hat ja auch seinen eigenen Sprachgebrauch auch mit seiner Frau, ne? Oder sowas. Oder kennt ihr das? Seid ihr auch solche? So, ich hab ja mit meiner dann immer auch so versucht, in so Gespräche zu führen. Wisst ihr noch, bei Kennenlernphase habt ihr das auch? Also diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, Adam wäre Experte da drin wahrscheinlich. In diesem, in der dritten Person, hey, so, ich weiß noch, wie ich mit ihr geschrieben hab, ey, bald ist Weihnachten. Ich komm mit meinem großen Sack. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Kennt ihr das? Wo du dann denkst, sie steigt vielleicht drauf ein, weil sie dann auch dieses, sie kriegt dann auch dieses. Was wir haben. Wisst ihr, was ich mein? Und so. Stell dir vor, du bist das Christkind. So, diese Anspielungen. Diese anderen. Ganz schlechter Dirty Talk. Das ist überhaupt nicht, nicht schlecht. Doch, meiner hat nicht, hat's nicht, meiner hat's nicht gerallt, ey. Und ich saß zu Hause so, weißt du? Hey, ist Spaß, hallo. Ist nur, ist nur Spaß. Komm, wir machen weiter. Hey, Knossi, danke für deine Streams. Meine Freundin hat sich nach fünf Jahren getrennt. Unfassbarer Schmerz. Danke, Mann. Ey, wir sind, wir stehen dir bei, ne, mein lieber Maik. Es wird auch wieder weitergehen. Wir müssen mal, wenn man jetzt mal ehrlich über Liebeskummer nachdenkt und sowas. Viele kommen ja auch immer auf der Straße, wollen Rat von mir oder sowas. Wenn du jetzt drüber nachdenkst. Die Zeit, und so hart sich das anhört, heilt alle Wunden, Maik. Das wird jetzt am Anfang, es wird immer weniger wehtun. Das geht von Tag zu Tag, wird das besser. Ich garantiere dir das. Und in zwei Monaten bist du wirklich, denkst du auf einmal, hä? Wo kommt die Pralle jetzt her? Klasse. Und hast dann schon wieder, bist ganz woanders, in einer anderen Sphäre. Denkst, du stellst dir die Frage, wie war denn das? Mit Gummi oder ohne? Und du hast wieder die Fragen, wo du denkst, Alter, ja, ich bin wieder 16. Ich bin wieder back. So, sammelst wieder neue Erfahrungen. Machst wieder. Fängst an zu schnuppern. Es wird wieder so der erste Kuss sein, den du hast. Zungenschlag rein, wirst erschrocken sein, denkst dir, boah, dir hängt ja den Lappen einfach so rein. Die ist es nicht. Denkst dir, morgen gleich wieder, bock morgen, gehst rein, swipest rein. Und dann kennen wir ja auch alle den bei Tinder. Normal, Maik, das wirst du auch bald kennenlernen. Alle rechts, alle rein, alle durch, weil du brauchst, du musst ja Bestätigung kommen. Dann mach das alles. Und du wirst dich besser, wirst dich besser fühlen. Und das geht, das geht schnell. Riecht Lia untenrum nach Fisch? Ist mir wirklich tatsächlich, hat's, überhaupt noch nie. Die hat noch nie nach Fisch oder sowas gerochen. Noch nie. Überhaupt noch nie. Gar nicht. Die ist so gepflegt. Die ist so gepflegt.